Hey! Da ist ne Hülle! Lass erstmal das Wasser ablaufen, bevor du richtig runter gehst. Da ist ein Herzcontainer. Krieg ich den? Ah ja. Wieviel hast du? Leben? Ich hab nur 100. Ja ok, klar. Das haben wir ausgemacht. Äh, Eis? Geil! Hier, mein Freund! Das war geil! Hier! Ok. Äh, unten ist Lied. Ich guck mal hier oben lang. Ja, mach das. Hier ist nix außer Cockweb. Cockweb. Da kann man ja auch gebrauchen für die... Ja, später sowieso. Oh fuck! Ok, warte, warte. Geh ganz hoch. Warte, warte. Da ist ein Slime. Ich hab ein Problem mit dem Slime gerade. Verdammt! Ich geh jetzt auch mal hier rüber. Ja, das bringt's ja. Ich spiele GLP-Style. Ja? Ja! Äh, willst du nicht ertrinken? Ok. Ich werd nicht ertrinken. Ahn? Ich kann auch nicht ertrinken. Warum das dann? Links ist Lidoor. Links bei dir. Nein! Hier! Deswegen kannst du... Hier links, bau du das ab. Ja, warte. Ich geh runter. Du nicht. Weil ich mich mal nach oben kraulen kann, deswegen. Ich hab dir Licht gegeben. Ja, danke. Ha! Das hab ich irgendwie erwartet. Warte, ich muss noch mal Luft holen. Äh, da ist noch eins. Achso, ja, da brauchst du auch Luft. Fuck, das ist Wasser im Wasser. Und hier ist noch mal Lidoor. Komm dann runter, ich baue hier Luft. Ja, warte, ich schnapp mal kurz Luft. Hier, Luft. Hier ist noch mal Lidoor. Also, wie langsam man hier im Wasser fällt, kann man die locker schnell abbauen? So, jetzt hab ich auch 120 Leben. Jetzt verkacke ich wenigstens. Langsam mal. Aber... Jetzt am Anfang an kriegt man die richtig schnell. Ja. Später mit den Dschungelherzen wird's ja etwas schwieriger. Die aufzuteilen. Was? Nein, nein. Nicht das aufzuteilen, sondern das abzubauen. Alter, unter uns ist Haufen Lead. Lead und das andere Ohr. Tin, oder? Keine Ahnung. Lead. Ja, aber ich hab gedacht, rechts von mir ist noch ein bisschen Tin. Oh mein Gott. Super. Meine Shine Potion ist weg. Oh, ich hab die ja noch. Gut. Okay. Wollen wir hier weiter runter gehen? Ja, warte. Hier hab ich so ein bisschen Luft hier. Ja, ich hab hier auch Luft, deswegen. Nein, nein. Das ist jetzt mehr. Wir müssen uns einfach nur beeilen. Du links, ich rechts. Jetzt geht's auf Yolo Style. Da ist rechts Tin. Auf zu Tin. Ja. Ja, warte. Warte, einfach nur ein bisschen runtergraben. Nicht ganz. Genau. Passt. Wir haben hier Luft. Ah, leckt sowieso wieder ein bisschen. Nein, jetzt nicht mehr. Nicht mehr so. Nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Magst du das abbauen? Ich geh weiter runter. Ja, du kommst das schon mal. Ja. Oh, wir haben hier Sand auch noch. Und Schnee und Eis. Oh, und hier ist noch eine gute Höhle. Passt. Ah! Okay, wenigstens hab ich ja die Fähigkeit. Hab's total vergessen. Okay, jetzt geht's wirklich nur noch nach Yolo. Oder du kannst erst mal oben bleiben. Hol erst mal Luft. Ich kann dir sagen, wenn ich dann... Oder mach erst mal irgendwo mit Luft. Mach Luft. Ja, kann ich nicht. Ah! Okay, jetzt wird's kritisch bei mir. Ich hab hier Luft. Ich hab hier Luft. Ich hab hier Luft. Ich hab Luft. Ich hab hier Luft gemacht. Ach, gut. Alter! Unser Koordination ist super. Ja. Also ich geh noch mal... Ja, du kannst da bleiben. Ich mach das ganz schnell. Ah, hier seh, wie deine Höhle passt. Nein, da ist schon wieder Wasser. Egal. Ein bisschen weglaufen, das dann. Ich würde hier erstmal hingehen. Dann haben wir Luft. Hier. Lesser Healing Potion. Passt. Schaffen wir es in die linke Höhle? Bevor uns die Luft ausgeht? Oh, oh. Oh, das hab ich jetzt nicht bedacht. Gut. Yay! Hey! Ah, da ist... Was ist das für ein Zeug? Tin! Ich mach uns hier Luft. Du kannst schon mal hinschauen. Okay, jetzt ist Luft bereit. Immer ein bisschen abwechseln. Also ganz knapp. Ganz knapp verstehe ich mit, dass du noch ein Leben hattest. Nein, genau noch eine halbe Blase. Oh. Okay, ich hol mir erstmal Luft und dann geht's weiter mit runtergraben. Und ich nehme mir einen Schluck. Okay. Können wir gleich, äh, kurze Aufnahmepause machen. Also kurz einen kleinen Break. Das können wir gleich machen, aber... Äh, warte, warte, warte. Kann ich auf Toilette? Ja, gleich. Ich... will mich auch mal sicher bauen und so. Und, äh, für euch ist das wahrscheinlich wirklich nicht mal eine Pause, sondern ich werde das einfach in den Part mit reintun und, äh... Also in den nächsten Part mit reintun und... Also ist das für die wirklich kaum, als wäre eine Sekunde vergangen, gell? Ja. Also, ja, genau. Bis gleich. Äh, der Headbreaker macht kurz ne Pause und, äh... Ja. Und vor mir... Ja, und vor mir auch erstmal was zu essen. Kurz. Bis gleich. Da sind wir wieder ohne... Ohne... Deutsch. Ohne... viel herumzulabern. Machen wir weiter! Full hardcore. Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Äh, wir sind mal Luft dran. Hä? Luft kam oder nicht? Äh, ich mach das jetzt schnell. Ich bin ja schneller als du. Denn ich bin Müllers Kuh. Müllers Esel, das bist du. Ja, was? Go, go, Pussy Rangers! Du, 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 du. Go, go, Pussy Rangers! Ja. Niveau, wo bist du nur? Wir haben dich vermisst. Alter, das schaut irgendwie dumm aus. Was? Was denn? Ja, der ist da, warte. Du kannst zurück weitermachen. Was meinst mit blöd? Du kannst zurück weitermachen. Ich komm gleich hinterher. Ja. Ja, ich mein das, äh, nur so kurze Abstände und dann brauchen wir wieder Luft. Ach ja. Boah, allein wäre das richtig. Hä? Äh, allein wäre das richtig nervig. Ja. Also, ganze Seite, Schnee. Tick, 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 tick. Der Schnee geht ja noch, von der Schnelligkeit. Wir hätten eigentlich hier das so machen können, weil ich habe ja hier jetzt gerade einen Gang gemacht, merke ich gerade. Und, äh, warte, warte. Geh mal, mach mal Luft. Wir können ja auch hier ohne das Wasser weitermachen, wenn du willst Ja, bitte grab dich nach mir runter Nein, nein, nein Ich komm nicht hoch Hast du gerade Luft? Du hast gerade 88 Feeds Ich bin aber auf der Seite Ich geb dir schnell mein Item und dann kommst du hoch Alter, du hattest gerade 98 Leben Siehst du, wie nett ich bin? Und schau mal, wie schlau ich denken kann Ha, denkt man nicht Den Exception, gib mir mein Item wieder Ich hab dich damit abgeworfen Voll die Krallen im Rücken Hört man mich eigentlich gut? Ich vergiss das immer wieder Hört man mich total pervers Sag dich pervers Nein, nein, hör auf, stopp Stopp Halt, stopp Jetzt grabe ich Gut, tschüss Wasser Wir sind schneller ohne dich Und jetzt kommt gleich wieder so ein ganzer See Warum hast du uns hate, Terraria? Warte, ich möchte kurz einen kleinen Zwischenstand zeigen wie es gerade bei uns ausschaut wie wir uns runtergegraben haben Schaut richtig episch aus Wir haben noch nicht alles nach rechts erkundet alles nicht nach links aber schaut richtig episch aus wie wir runtergekommen sind Wir sind weiter als sie Ja, den je Alter, der Hintergrund der Map ist richtig chillig Schon, weil wir gerade im Eisbium sind also pro Biom wird das gerade verändert und wir haben hier wieder eine Höhle Wahrscheinlich nur so ein Daumgeschwür Nee, ein bisschen größer Das sieht so behindert aus nur mit dem Kopf da Da ist ein Slime Ui! Was ist das? Hä? Ich habe die Tür gehört Tür! Los, gib mir Licht Ich sehe nichts Verdammt Los, komm hoch Ich habe eine Tür gehört Hier muss ein Haus sein Ja, hier ist ein Haus Und hier sind ein paar grüne Diamanten Bau die ab Bau die ab Ja, ich kann auf Eisbium laufen laufen Ich gebe dir Licht Ich gebe dir Licht Ich bin gerade erfroren Da ist... Nein, oben war das Da oben war das Ja, gleich Ich habe ein Schneeschwert bekommen Äh, äh, wie viel Schar macht das? Ohoho Eisblade 13 Millidamage Warte Da Was? Das ist ein Schwert Das ist das, was ich dir gesagt habe Was dieser komische Ding gedroppt hat Also so ähnlich ist das Es kann... Ja, ich kann dich damit angreifen Und ich kann auch damit... Was? Richtig unfair Ja Ja, aber ich kann auch damit jetzt Licht machen So low? Oh, cool Du kannst das abbauen Was, das... Das Geräusch und so Ja Ja, aber dafür haben wir auch unendlich Licht Musst schon zugeben, dass es geil ist Ja Gibst du Ich gehe mal nach links Und wenn du fertig bist, kannst du auch nach links kommen Ich... Ah Ja, ich baue hier gerade Lead und... Ja, ja, ich baue erstmal dann die... Die Diamanten ab Wo bin ich? Oh mein Gott Ich werde sterben, ich werde sterben Ich werde sterben Welcher ist das? So ein Slibe mit so Stacheln auf dem Rücken oder was? Nein Hä? Die gibt es nur im Ding-Biom Nee Was? Hier Äh, ich bin eingefroren Cool Ich werde dich rauben Was? Es ist Rape-Zeit wieder Jetzt werden wir wieder treffen Das habe ich gemeint Hier sind Emeralds deswegen Emeralds Ja Warte Am Hals Komm hoch und hilf mir mal Ist das schon abgebaut, oder? Nein, ich meine hier die Vasen alles Oh, da ist einer mit... Ah, das sind die Was du gesagt hast Ich will die Falle nicht kaputt machen Die sind so nervig Die schießen ja noch Jep Okay Ah ja, stimmt Ich habe ja das hier Ah, du Arschloch Ich habe die gar nicht gesehen Ach da, jetzt sehe ich sie erst Alter, die machen Ewigst viel Schaden Warte, ich unterstütze dich von Gut Heal mich schnell Da unten ist wieder was Hilf mir Warum gehst du da runter? Hier ist doch Tanksten Egal, ich lang gehe da drauf, ja Fühlt sein Voll nötig, dass du sie abblinkst